So, das sind wir wieder der 31.01.2013, 7.35 Uhr. So, man hat das... Wir können ja heute gucken, ob wir Geld auf unser Konto haben. Dieses Mal hat man uns auch nach Besonderes vorgelagert. Man muss mich auch schon wieder übergeben. Das ist ja nichts im Lagen. Und wir haben auch andere Symptome, die wir nicht merken können. Man wertet es sofort aus, man reagiert sofort auch. Man wertet es sofort aus. Es ist jetzt hebbensloser, man arbeitet jetzt mehr mit Lärm, ne? Es kann sogar sein, wir haben jetzt schon ein bisschen reingehört in die Audios. Leider haben wir jetzt keine Kapazität, also die Lärm-Audios, aus denen meine Feuer diese Videos macht. Die sehen Sie ja dann auf Mega Vertical 2010, haben wir extra da verringert. Und es kann auch sein, wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen. Wir hoffen, dass jetzt voll es los ist bei der Kanäle. Aber wir haben eigentlich nur die neuen Kaline genommen, die jetzt natürlich auch die alten Kaline, damit es ein bisschen übersichtlicher wird für Sie. Und für uns auch, damit man da überhaupt noch was findet. So mit tausend Videos ist das schon ganz schön. Also auch da haben wir jetzt gedacht, naja, wir sind zwar zu gute Dinge, wir kennen das ja mal. Auch da haben wir jetzt gedacht, also Mekka-Video-Rekord sollten wir haben auf dem Wert, ne? Für die Welt. Für die Welt. Oder? Weil ich glaube, wenn es doch so was schon gegeben hat auf dem Feld und er gibt, den holen wir erstmal ab. Ne? Oder Sie holen wir erstmal ab, ne? Weil da kann ja was im Oberstück hier nicht stimmen. Schauen Sie mal, ne? Was für eine schöne Impression, ne? Ja. Jörg. Ich bin ein bisschen gesetzt, ne? Der Durilla und der Schimpanz. Da. Ich bin jetzt von der Kerzen so schön. Die Kammlaufspitze, natürlich leuchtet. Ja, wir haben nicht mehr Abend. Wir sind froh. Es ist ja wärmer geworden, wir frieren lieber ein bisschen. So, wie gesagt, es dauert ewig, bis es warm ist und dann kocht ganz schnell. Also ganz normal, wenn das Wort gekocht wird. Es dauert ewig, bis es warm ist. Ja, jetzt fliegt ein bisschen los. Das ist dann noch zu tolles jetzt. Ich bin ein bisschen weggekommen. Ach so, hier haben wir noch keinen neuen Rekord. Aber dann können wir was Neues vermelden mit dem Tandbaum. Und zwar haben wir auch schon mal einen Fieber an Tandbaum abgeflossen. Und haben uns gewundert, dass der nicht weg ist. Dann kamen wir von Ingrid. Also es war vor 1999. Und heute wissen wir, dass wir wahrscheinlich im Busland waren oder so. So. Aber dann ist so ein Baum ja, der geht ja immer weiter. Das wird ja mal schief sein. Das hängt ja immer weiter los. Natürlich, die Kerzen sind dann ein bisschen aus. Bloß da oben kommen wir in die Garten. Und wie schief die ist. So. Und der Wanner hier muss noch so eine Masse nehmen. Aber natürlich hat dann eben auch kein Wasser nichts gegeben. Gar nichts, ne? So. Und wir denken, das war ein Freundchen, das man für uns aufgestellt hatte. So. Und dann kamen wir doch nicht aus irgendeinem Grund. Es kann auch der HDP denn, wo es dann gewesen sein, dass da nichts fuhr. So. Dass wir da nicht fliegen konnten. Vom Flugplatz in Moscow. Ich glaube, der heißt dann Sherry Meteor, ne? Wir hatten eins plus vier. Und die Mädchen war eins plus vier. Ja, vielleicht finde ich noch die Sowjetunionwilder von 82. Und dann könnten wir auch noch gute alte Sowjetunion bleiben. Wie sie dann da so gelebt haben, ne? Vielleicht war das dann für den deutschstämmerigen Russen dann auch noch mal interessant. Mit ihren Kindern. Und dass die Eltern dann nicht so sagen konnten, ob sie dann auch ermordet wurden oder was weiß ich. In jedem Fall sind... Das kommt total weg. Haben wir einen Feber an einen Baum abgeputzt. So, das sagt uns heute vielen. Wir waren nicht da, um ihn abzuputzen. Man hat so getan, als wenn wir wieder bei Ingrid waren. Ne? Und dann zu lange bei Ingrid, dass wir eben erst im Februar wieder kamen. Und dann den Baum abgeputzt haben. Weil das muss alles immer passen. Ne? Möchten wir unterbrechen?